Hallo Freunde der gepflegten Feueranthaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute kein Gameplay, sondern einfach mal ein Hardware-Info-Video und es geht sich um die Oculus Rift S. Und jeder, der die Oculus Rift S schon mal auf hatte, weiß, wie genial dieser Sound ist, der hier rauskommt aus den Lautsprechern von der Rift S. Also Wahnsinn, wenn man alleine schon auf 50% Leistung stellt, haut einen das Teil aus den Socken raus. Wahnsinn, wie klar die Bässe rüberkommen und ja, also es gibt nichts Besseres auf dem Markt. Ich kann da nicht ernst bei bleiben. Spaß beiseite, die Lautsprecher sind einfach nur beschissen. Also ich habe noch nichts Schlechteres gehört und es ist eine riesen Frechheit, was Oculus sich da geleistet hat. Die haben die Teile in die Rift S gebaut und in die Quest und ja, absolutes No-Go. Und ja, wer mit VR noch nicht so viel zu tun hatte, kann sich das ungefähr so vorstellen. Ihr spielt jetzt ein Horrorspiel, Actionspiel oder guckt einen Film und ja, ihr zieht euch die Kopfhörer nicht einfach so an, sondern ihr legt euch die so um Halt, dreht von mir aus auch auf 100% Stärke, Lautstärke und ja, spielt dann oder guckt euch einen Film an. Ja, so kommt kein Feeling rüber, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, wer das so genießen kann. Ja, und so in etwa kann man sich das mit der Rift S vorstellen, mit den tollen Lautsprechern hier und ja, da ist man wirklich gezwungen, über die Klinkenbuchse sich Kopfhörer anzuschließen und ja, leider gibt es da aber ein Problem bei den meisten, ja, Bügelkopfhörern, dass man die nicht mehr drüber kriegt vernünftig. Also es ist ja unangenehm, man kritze vielleicht rüber, manchmal, manchmal nicht, je nachdem, was man für eine Ausführung hat und es ist einfach unangenehm. Dann ist man wieder angewiesen auf entweder in-ear oder ja, es gibt auch diese, diese Ohrbügel, Kopfhörer, die habe ich auch. Ja, dann ist wieder die Frage, da ist ein elend langes Kabel dran. Wohin mit dem Kabel? Kann man sich natürlich irgendwo mit Kabelbühner festmachen, aber man möchte ja nicht immer dauerhaft an der Rift S irgendwelche, ja, Kabel festmachen. Vielleicht braucht man die Kopfhörer für andere Zwecke und so weiter und so fort. Stört einfach. Also da hat Valve das mit der Index viel, viel besser umgesetzt. Die haben richtig geile, ja, Lautsprecher verbaut, die jetzt auch nicht wirklich anliegen, aber ich kann wirklich in VR, in die VR-Welt eintauchen und das geht mit der Rift S nicht. Wenn ich die Rift S so aufhabe, ja, ich kriege alles mit von der Umgebung. Wenn ich jetzt an einer stark befahrenen Straße wohne, ja, kriege ich alles mit, kein Problem und so kommt kein VR-Feeling auf und ja, das holt einen komplett aus der virtuellen Welt. Ja, und da hat die Firma Kabitec, die hat ja Bernd Kaltenbach gegründet, hat sich da was überlegt und zwar das Oculus Rift S Soundkit und ja, das sind mal so ein paar kleine Bilder dazu. Das wird einfach mit, ja, einem Bügel hier befestigt, der aus dem 3D-Drucker kommt und ja, das wird hier nicht reingeschraubt oder so, das wird wirklich mit zwei Imbusschrauben, ja, in diesen Halter reingemacht, einfach nur und ja, ihr müsst nichts bohren, schleifen oder sonst was. Ist also sehr bequem zu montieren. Ich konnte die leider noch nicht testen. Ich hoffe, ich bekomme demnächst mal ein Testkit, dann stelle ich die euch mal wirklich im Detail vor und kann euch da so ein bisschen mehr zu sagen, auch wie sie sich anhören. Es sind Sennheiser Kopfhörer und ja, wer die Firma Sennheiser kennt, die produzieren richtig gute Kopfhörer, also da brauchen wir uns keine Gedanken machen, dass das ein schlechter Sound ist. Ja, die Firma Kabitec hat aber eigentlich angefangen mit, ja, Umbauten für VR-Headsets aller Art und ja, da habe ich mal ein bisschen was zusammengeschnitten, einen kleinen Auszug aus dem, ja, aus der Kabitec-Seite und ja, lassen wir einfach mal den Bernd Kaltbach sprechen und der stellt euch jetzt mal vor, was die Modi-Cab sind. Die Samsung Gear VR, die habe ich umgebaut zum Modi-Cab. Modi-Cab steht immer hier auf der Seite. Also das Modi-Cab beinhaltet auch Kopfhörer, das heißt, ich habe Sound bei den virtuellen Brillen und ich habe ein tolles Verschlusssystem, das mir ermöglicht, mit einer Hand die VR-Brille aufzuziehen. Ich zeige es euch ganz schnell, aufziehen, festzuhren, fertig. Hier, super Sound, ja, und sieht dazu noch auch gut aus. Zugelassen für Achterbahnen, da habe ich noch das Modi-Cab für die Oculus Go, das ich entworfen habe, auch hier mit Kopfhörer und wie ihr seht, hier sogar mit Kinnriemen. Das zeige ich euch auch ganz schnell, aufsetzen, Kinnriemen dran, zumachen, super Sitz, super Sound, ja? Ja, das war der Ben Kaltenbach, der hat uns die Modi-Cabs mal vorgestellt, für jetzt zwei Versionen. Wir gucken uns da gleich nachher auf jeden Fall noch die Homepage an. Ja, das waren die Modi-Cabs und ja, einfach für den professionellen Bereich, für Freizeitparks, für Museen, für Schwimmbäder, da gibt es jetzt auch schon virtuelle Anwendungen, wenn man, sage ich mal, eine Rutsche runterfährt und ja, da braucht man natürlich andere Halterungen als, ja, die wir hier jetzt haben. Stellt euch mal vor, mit der Rift-S-Halterung auf einer Achterbahn mit Looping und ja, ich sag mal, von 40 Rift-S kommen dann am Ende nur noch 10 an. Also wäre schlecht, wenn man da wirklich die originale Halterung hat. Da braucht man schon, besonders wenn es mit Looping ist, was mit Kinnriemen. Ja, und sowas macht die Firma KB-Tec auch und ja, jetzt haben sie uns auch noch das Rift-S-Soundkit vorgestellt oder ja, wird jetzt produziert. Gehen wir einfach mal auf die Homepage von KB-Tec. So, und hier sind wir auf der Modi-Cab-Seite und als erstes wird uns hier vorgestellt Sun-Protect-Linsen und ja, ist die neueste Entwicklung. Das gab es ja, das Problem gab es ja mal bei der Oculus Go, ganz am Anfang. Da gab es auch einige VR-YouTuber, die das Problem hatten mit, ja, gelben Flecken auf dem Display und Oculus hat sich damit erklärt, dass es vom Sonnenlicht kommt. Sonnenlicht trifft auf die Linsen, wird da gebündelt und ja, zerstört Teile des Displays und ja, ist eigentlich einleuchtend. Kann sein, ob es jetzt wirklich das Problem war oder einfach nur ein Fabrikationsfehler. Gut, werden wir nie erfahren, aber das wird damit natürlich nicht passieren. Gerade für den Outdoor-Bereich braucht man natürlich sowas. So, hier haben wir das Soundkit von der Oculus Rift S, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte euch nur so ein bisschen noch die Seite hier ein bisschen vorstellen. Hier sehen wir so einen Modi-Cab-Umbau für so einen, ja, Allgäu-Coaster, so eine Rodelbahn, sage ich mal. Hier seht ihr das Video von der Crowdfounding, also daraus habe ich auch mir die Sachen so rausgeschnitten, die ich euch eben gezeigt habe. Hier ist das komplette Video, könnt ihr euch nochmal anschauen. Hier seht man so einen Pico-Umbau-Modi-Cab. Schauen wir uns mal die ganzen Modi-Cabs hier an. Also hier steht jetzt höchster Tragekomfort, besser Sound durch Sennheiser Kopfhörer, einfache Bedienung, fester Sitz auch über Kopffahrten, hygienische Sauberkeit durch abwischbare Oberflächen. Ist natürlich mega wichtig für Parks, dass die, ja, hygienische Oberflächen haben, dass man da wirklich direkt abwischen kann und desinfizieren kann eventuell noch. Denn wenn man jetzt da Polster hätte, das wäre schon ziemlich eklig. Ja, höchster Tragekomfort, kann ich jetzt nichts darüber sagen, steht natürlich da. Ich denke mal schon, dass die komfortabel sind, aber mich würde da wirklich, mich würde wirklich interessieren, wie die sich so anfühlen, wenn man die aufsetzt. Und ja, sind natürlich keine Polster vorhanden, wird sich wahrscheinlich ein bisschen anders anfühlen als die originalen Headsets. Man hat sie natürlich auch nicht eine Stunde auf zwei auf. Also ja, eine Achterbahnfahrt geht maximal vier Minuten vielleicht. Simulatorfahrten natürlich so ein bisschen länger. Aber ich denke mal, trotzdem ist mit Sicherheit ziemlich bequem das Ganze. Und ja, aber Hygiene geht meiner Meinung nach da auch vor. Wenn ihr so Modicaps schon mal anhattet in irgendwelchen Parks, ja, schreibt es einfach mal gerne unter die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet und wie euer Empfinden da war, als ihr das Teil aufhattet. Und ich versuche auch irgendwann mal demnächst in einen Park zu kommen, wo sowas gibt, weil ich bin da auch echt scharf drauf, mal eine Achterbahn zu fahren, wo ich eine VR-Brille aufhabe. Wie sich das dann anfühlt wirklich, wenn man vorwärts fährt und dann wirklich in der VR-Welt ist. Ja, zu Hause hat man sowas natürlich nicht. So, ja, kommen wir mal einfach zum Soundkit. Und ja, hier werden wir auf eine eBay-Seite weitergeleitet. Und ja, das wird auch erstmal so bleiben. Und hier kann man ein Angebot anfordern. Das ist natürlich für, ja, für größere Firmen gedacht, die, ja, größere, ja, Absätze da kaufen. Also nicht jetzt nur ein, zwei Stück, sondern auch mal 100 Stück. Da kann man natürlich dann ein Angebot anfordern. Gehen wir mal auf die eBay-Seite. Und hier sind wir auf dem KB-Tech-Shop. Hier ist das Soundkit. Kostet 129 Euro. Und ja, hier sehen wir nochmal die Bilder. Montiert, nicht montiert, was ich euch eben so ein bisschen gezeigt habe. Und ja, hier nochmal montiert. Also ich sag mal, 129 Euro mit 0815 Kopfhörern fände ich jetzt ziemlich happig. Das sind jetzt echt originale Sennheiser Kopfhörer. Und Sennheiser produziert keine schlechten Kopfhörer. Ich bin jetzt kein Hi-Fi-Experte da, aber ja, ich hatte schon mal Sennheiser Kopfhörer. Die waren echt top. Und ja, da ist der Preis meiner Meinung nach gerechtfertigt. Bei 0815 Kopfhörern wäre es jetzt nicht der Fall. Aber wie gesagt, Sennheiser ist schon Qualität. Und ja, man muss natürlich auch sehen, man zahlt auch ein bisschen Entwicklungskosten, Produktionskosten und so weiter. Also ich denke, das geht vollkommen in Ordnung. Und ja, das wertet natürlich auch die Rift S enorm auf. Also man hat dann wirklich einen vernünftigen Sound und ja, zieht das Ding an. Es ist in der VR-Welt drin. Man braucht nichts mehr anders machen. Also ist schon ziemlich komfortabel das Ganze dann. Ja, ich werde da auf jeden Fall noch ein Video zu machen, wenn ich da jetzt ein Testkit bekommen habe. Und ja, dann werde ich ein Unboxing machen, ein Montagevideo dazu und dann auch noch ein Review. Also ich werde es wahrscheinlich alles in einem Video zeigen und werde euch dann auch mal zeigen, inwieweit man die dann verstellen kann. Das sehe ich jetzt so, ja nicht so wirklich auf den Bildern. Natürlich sieht es so aus, dass man die so ein bisschen hin und her bewegen kann, auch nach oben und unten. Aber das muss man dann wirklich mal am lebenden Objekt zeigen, sage ich mal. Und das würde ich euch dann gerne vorstellen. Wer jetzt aber sagt, nee, ich kann auf keinen Fall abwarten, bis du da ein Video gemacht hast, dann ja, bestellt einfach beim KB Tech Shop das Teil. Also ich denke mal, der Bernd Kaltenbach wird sich da freuen. Links werde ich alle unten in die Beschreibung packen. Und ja, dann bestellt die Teile. Und habt ein neues Lebensgefühl mit der Rift S. Also ich denke mal schon, das ist mit Sicherheit richtig, richtig gut und da können wir uns freuen, dass wir die Rift S dann endlich, was Sound angeht, wieder aufgewertet haben, weil Stand jetzt ist das einfach Müll. Ja Leute, ich würde sagen, das war es eigentlich mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen und ja, Abo nicht vergessen. Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt oder ein Livestream. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.